BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Der Signal Iduna Park, sportliche Heimat von Borussia Dortmund. Nicht nur irgendeine Spielstätte, bereits mehrfach ausgezeichnet. Bestes Stadion, beste Tribüne, beste Stimmung, beste Fans. Und jetzt auch bester Rasen. Kommende Woche wird dem BVB der Pitch of the Year Award 2016-17 verliehen. Das macht einem sehr stolz. Das ist aber ein erster Verdienst von den Mitarbeitern. Ich begleite das Ganze hier natürlich. Ich bin im Stadion dafür zuständig. Aber was hier entstanden ist, dieses Team, was ich hier auch zusammengestellt habe, alt und jung, das ist in erster Linie diesem Team hier zu verdanken, dass wir hier von Borussia Dortmund den ersten Platz gemacht haben. Was aber macht dieses Geläuf zum Nonplusultra der Bundesliga? Wir wollen es wissen und haben das BVB Rasenteam vor dem Heimauftakt gegen Hertha BSC begleitet. Willi Droste, Platzwart bei Borussia Dortmund. Im Januar feierte er sein 20-jähriges Dienstjubiläum. Er weiß, worauf es ankommt. Pflege und Wartung der Grashalme sind aber schon längst keine One-Man-Show mehr. Ein 18-köpfiges Team kümmert sich mittlerweile um die Spielfelder der Borussia. Ja, ein guter Rasen, der muss eben sein. Der Ball muss laufen. Der Rasen sollte möglichst schnell sein. Das ist ja in der heutigen Zeit, der Spieler fordern die das. Es wird gewässert. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben uns darauf eingestellt. Dem Wünschen der Spieler entsprechen wir und wässern dann dementsprechend den Platz, damit er einfach schnell bespielbar ist. Wir haben eine spielstarke Mannschaft hier bei uns in Dortmund und dann ist das natürlich klar, dass wir alles Mögliche auch versuchen aus dem Rasen herauszuholen für die Mannschaft. 105 Meter lang, 65 Meter breit, Grashalmlänge exakt 2,7 Zentimeter. Einfache Zahlenspielerei und doch viel komplizierter. Denn Rasen ist nicht gleich Rasen. In Dortmund entschied man sich vor einem Jahr für eine gravierende Neuerung. Das Besondere an diesem Rasen ist natürlich der Hybrid, diese 16 Prozent Kunstfasern, die auf 18 Zentimeter Länge in den Boden gehen und oben auf 2,7 Zentimeter rauskommen. Dadurch wird der Rasen stabiler, das heißt, er wird schärfester. Oder in der Fußballsprache, die Brocken fliegen nicht mehr so. Jederzeit im Blick, möglichst täglich schneiden, regelmäßig düngen. Droste und seine Jungs überlassen nichts dem Zufall. So viel Liebe und Zuneigung bekommt wohl nicht einmal der heilige Rasen von Wimbledon. So viel Liebe und Zuneigung. Anmähen allein ist es heutzutage längst nicht mehr getan. Ein perfektes Geläuf bedarf zusätzlicher Fürsorge. Wie etwa durch diese überdimensionalen Ventilatoren. Sie trocknen die Gräser deutlich schneller. Möglichen Krankheiten soll so vorgebeugt werden. Dazu Kunstlicht. Eine Art Rasensolarium für ein besseres Wohlbefinden. Wenn sich die Sonne am Horizont über dem Signal Iduna Park verabschiedet, erstrahlt das Spielfeld goldgelb getränkt. Das kommt natürlich von den Gewächshäusern, von den Tomatenzüchtern. Da ist das Ganze jetzt entstanden. Und mittlerweile wird dieses Licht weltweit eingesetzt. Ich nenne es immer Wachstumslicht, um jetzt nicht in dem Profesodisch zu werden oder mit Floskeln hier rumzuschmeißen, die Otto Normalverbraucher gar nicht verstehen kann. Ich konnte es damals auch erst nicht verstehen. Deswegen spreche ich auch heute noch von diesem Wachstumslicht. Das heißt, ich kann mit diesem Licht die Sonne ersetzen. Und der Rasen dankt es einem. Die Qualität kommt zurück. Wir können die Qualität halten auf hohem Niveau. Der Traum eines jeden Greenkeepers und Fußballers. Ein sattes Grün zu jeder Jahreszeit. Da kann es sogar passieren, dass im Winter Frühlingsgefühle aufkommen. Hier kannst du am zweiten Weihnachtstag, wir haben eine kurze Winterpause dieses Jahr, wir haben es aber auch schon erlebt, dann riecht es am zweiten Weihnachtstag, wenn wir mähen, wie sonst im März, Anfang April wie im Frühjahr. Ja, nach frischem Gras. Und das ist schon, also sensationell, nenne ich es mal einfach. Und sind wir mal ehrlich, das war im Westfalenstadion nicht immer so. Jahrzehntelang. Mehr Acker als Grünfläche. In den 70ern musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes sogar ein Heimspiel ins, man mag es heutzutage kaum glauben, Gelsenkirchener Parkstadion verlegt werden. Und selbst in sportlich erfolgreichen Jahren war der Rasen selten meisterlich. Ich habe die Jahre auch mitgemacht, wo wir überhaupt nichts hatten, wo wir es aus finanziellen Gründen überhaupt nicht in der Lage waren, irgendwelches Know-how vom Verein zur Verfügung zu bekommen. Das hat sich jetzt geändert. Der Verein stellt mir bestmöglichst, zwar nicht alles, aber er kommt nach, was ich möchte, versucht er mir zur Verfügung zu stellen. Und aufgrund dieser Maschinentechnik, der Vielfalt des Lichtes, der Ventilatoren und jetzt hier mit dieser Eisturbine, wo wir den Rasen, die testen wir aus, vier Wochen kühl halten können. Wärme im Süden, Kälte im Norden, Rasenpflege ist längst zu einer Wissenschaft für sich geworden. Da bedarf es eines feinen Händchens. Drostow und Co. jedenfalls haben einen ausgezeichneten grünen Daumen. Zaubern können wir nicht, das ist Natur, bleibt Natur. Wir können nur bestmöglichst damit arbeiten. So hält die Technik immer mehr Einzug bei der Präparation der Spielfläche. Stichwort Linien ziehen. Früher wurde mit Zitterarm und feuchtem Pfötchen versucht, den Kreidewagen gerade zu halten. Heute übernimmt das der Laser. Millimeter genau wird die Maschine geführt und weiße Farbe gesprüht. Das Linienziehen war ja früher quasi noch mit dem Nagel, der manchmal auch dann an die Knochen oder an den Kopf, wenn der Pech hat es geflogen, die Schnur wurde gespannt. Und dann musstest du versuchen, so einigermaßen gerade, ich sag mal, diese Linie zu ziehen. Ich weiß noch heute, wo ich das erste Mal vor 20 Jahren hier eine Linie ziehen musste und auf einmal mir einen Ordner zu rief, beeil dich, die Südtribüne wird schon geöffnet. Wo ich dann merkte erst mal, was das für eine Verantwortung für Bewusstsein war, weil da Tausende zugucken oder Hunderttausende zugucken im Fernsehen, 80.000 im Stadion. Und zwar im Dorf bei mir, wo nur die meisten wissen, er ist der Platzwart, aber wenn du dann Schlenkerei machst, dann heißt das, naja, wie lange war er gestern Abend unterwegs. Schneiden, Linierung, Tore und Fahnen aufstellen. In knapp fünf Stunden liefert das BVB-Rasenteam am Spieltag die perfekten Bedingungen. Unter Fußballfans heißt es immer, du musst einmal den Signal Iduna Park erleben, die Südtribüne, die Fans, die Stimmung. Und unter den Aktiven scheint man jetzt zu sagen, du musst einmal auf dem Rasen in Dortmund spielen. Das größte Lob in der letzten Saison waren die Gastmannschaften. Man kennt sich ja jetzt auch mittlerweile, die dann kommen, einen Daumen hoch. Oder der Doc von Augsburg sagt, oder Stefan Reuter, Herr Willi, was habt ihr da für einen Rasen liegen? Das ist natürlich für uns hier, für das Team ein Kompliment. Das größte gibt es ja gar nicht. Den lobenden Worten folgten Taten. Unser Rasen, er darf sich fortan preisgekrönt nennen. Bei der vierten Auflage sicherte sich der BVB erstmals den Award Pitch of the Year. Der verdiente Lohn für die Mühe wie liebevolle Arbeit der Männer bei Schwarz-Gelb. Doch wie bei Fußballern gilt auch bei Green Keepern, nach der Saison ist vor der Saison. Und Chefcoach Droste nimmt seine Schützlinge in die Pflicht. Ich habe den Jungs gesagt, passt mal auf, einmal kann jeder. Das habe ich natürlich irgendwo gehört, die dann Champions League Sieger geworden sind. Und habe das jetzt auf meine Jungs umgesetzt. Ich habe gesagt, ich erwarte natürlich jetzt im nächsten Jahr, dass wir wieder den ersten Platz, ja. Dann sind wir da, dann spricht jeder von uns. Heute sprechen schon viele von uns. Wir haben viele Anfragen, die auch mal hier hin möchten, die mal mit uns sprechen wollen. Aber Voraussetzung ist und Zielsetzung ist für nächstes Jahr natürlich Platz 1. Also doch, Borussia Dortmund will die Meisterschaft. Und der beste Rasen der Bundesliga bekommt seinen angemessenen Heimauftakt. Der BVB empfängt die Hertha aus Berlin als Tabellenführer. Doch egal ob Meisterschale oder Pitch of the Year Award, in Dortmund weiß man, entscheidend ist auf dem Platz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017